Während seiner Amtszeit, Präsident soll First Lady ins Krankenhaus geprügelt haben Buenos Aires, schlimme Vorwürfe gegen Argentiniens Ex-Präsidenten Alberto Fernandes, 65 Der progressive Politiker hat offenbar seine eigene Frau, die ehemalige First Lady Fabiola Janitz, 43, brutal zusammengeschlagen Es sind Fotos, die betroffen machen Wie das Portal Infobe berichtet, soll der ehemalige Präsident von Argentinien Alberto Fernandes seine Gattin Fabiola Janitz während der Corona-Pandemie im August 2021 brutal zusammengeschlagen haben Dem Portal liegen Krankenhausdokumente, Fotos und Chatverläufe vor, die den Übergriff beweisen Auf Fotos, die offenbar im Krankenhaus entstanden, ist zu sehen, wie die First Lady heftige Blutergüssen im Gesicht und an den Armen trägt Die Bilder wurden von Fabiola Janitz per Messenger an ihren Mann geschickt So funktioniert das nicht, du schlägst mich ständig, wirft sie ihm dabei vor Später schreibt die zierliche Frau, du hast mich drei Tage hintereinander geschlagen Seine Antwort, mir fällt das Atmen schwer Bitte hör auf Mir geht es sehr schlecht An diesem Tag, dem 3. August 2021, zeigte die First Lady ihren Mann an Inzwischen hat sich Janitz vom Prügelpräsidenten getrennt, lebt mit ihrem Sohn in Madrid Alberto Fernandes stärkte die Rechte von Minderheiten, seine Ehefrau soll er hingegen verprügelt haben Inzwischen hat der Fall Anfahrt aufgenommen Ein argentinischer Richter verfügte eine Reihe von einstweiligen Verfügungen Fernandes ist es untersagt das Land zu verlassen, darf sich seiner Ex nicht mehr nähern und auf irgendeine Weise mit ihr kommunizieren Alberto Fernandes regierte das lateinamerikanische Land von 2019 bis 2023 Unter seiner Führung spitze sich die wirtschaftliche Lage weiter zu Zuvor war der Jurist jahrelang an den Schalthebeln der Macht Untertitelung des ZDF für funk, 2017